Also, ich kann mal erklären, wie der Beat aufgebaut ist. Ich habe mit ein paar Chords angefangen. Besser gesagt, die hat eine Freundin eingespielt. Einen Moment. Das ist genau dieses Instrument, Synthesizer. Das Ganze klingt so. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, das hat die Julia gespielt. Danke für die Melodie. Anschließend hat die Julia auch noch etwas eingesungen. Für was ich auch sehr dankbar bin. Und zwar dieses Sample. Daraus ist letztlich mit ein paar Drums darüber und ein bisschen Bass mein Beat entstanden, der dann so klingt. Ich spiele schon Schlagzeug, seit ich Sex bin. Deswegen, Drums sind kein Thema. Aber Melodiös brauche ich ein bisschen Unterstützung manchmal. Auf jeden Fall kriegt der FAU dann ungefähr so. Vielleicht hab ich einen Traum über Dosis. Kann mir irgendjemand sagen, was los ist? Vielleicht hab ich einen Traum über Dosis. Kann mir irgendjemand sagen, was los ist? 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 Aber soviel dazu. Ich versuchze. Ich versuchze. Ent Daily Aaron.